Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus und heute beginnt dann die endgültig heiße Phase. Ja, wir schauen mal kurz rein. Es geht gegen Köln und wir sind Sechster. Wir haben vier Punkte Vorsprung auf Leverkusen und Schalke. Sprich, wenn wir nicht den letzten beiden Spielen alles komplett falsch machen, sollten wir auf einem Europa-League-Platz landen. Wolfsburg ist raus, die Geschichte ist gelaufen, leider Gottes. Aber dadurch, dass wir das letzte Spiel auch direkt dann gegen sie verloren haben, war dann eigentlich einfach alles vorbei. Hoffenheim können wir sogar theoretisch noch kriegen auf dem Fünften. Ja, wenn wir heute gewinnen und Hoffenheim verlieren sollten, die müssen gegen Hannover, glaube ich, dann wären wir zumindest schon mal punktgleich. Und ja, wir müssen mal schauen, wie das heute alles soweit ausgeht. Köln nicht besonders gut drauf, beziehungsweise allgemein diese Saison. Ja, sechs Punkte vorm Abstiegsplatz ist jetzt nicht so unbedingt die Leistung. Unten ist ja allgemein noch sehr, sehr spannend, damit Hamburg, Berlin und Darmstadt. Selbst Ingolstadt hätte noch eine Chance auf den Relegationsplatz, beziehungsweise der 15. ist sehr unrealistisch, dass sie den noch erreichen. Und ich habe ein bisschen was geändert in der Mannschaftsausstellung. Ich habe es ja angekündigt, Pizarro und Fritz möchte ich spielen lassen nochmal, werde ich auch zusätzlich eine kleine Überraschung eventuell. Lorenzen, unser Talent hier auf der linken Seite, habe ich mal reingepackt. Mal gucken, was er so kann, bin ich gespannt. Viele von euch haben mir gesagt, so, äh, nee, oder nicht, was heißt viele, ein paar haben geschrieben, nee, der ist jetzt nicht so geil, was ist das für ein Scheiß-Talent. Aber vielleicht entwickelt er sich ja noch. Und ich habe die Hoffnung, falls Köln ein bisschen rabiater zugeht, dass er dann vielleicht einen Freistoß sogar reinmacht. Der hat einen guten, also sehr guten Effetwert und einen relativ akzeptablen, ähm, Freistoßwert im Vergleich zum Rest des Teams. Von daher schauen wir mal. Und ihr müsst mir einen Gefallen tun, also ich brauche heute mal ausnahmsweise eure Hilfe, ähm, was die Aufnahmequalität angeht. Und zwar habe ich jetzt mir mal reingesetzt und an OBS, also an OBS und, ähm, nehme heute mit OBS mal auf. Ich habe sonst eine externe Capture Card, von daher habe ich da eigentlich sonst keine Probleme gehabt, ähm, mit irgendwelchen Frame-Einbrüchen oder was weiß ich. Es ist aber mittlerweile einfach viel zu kompliziert geworden, damit immer aufzunehmen. Ähm, zumal ich ja auch am PC spiele, von daher habe ich es jetzt mich mal mit OBS versucht. Ähm, nehme aber leider nur noch in 720p auf, nicht mehr in 1080p. Von daher sollte eigentlich keinen Unterschied, also keinen großen Unterschied machen. Es sollte für euch, das Wichtigste ist für mich halt, dass es flüssig läuft, da brauche ich eure Hilfe. Schreibt es mal rein, ob es flüssig ist oder nicht. Ähm, ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht, da war es flüssig. Von daher hoffe ich, dass es jetzt in der Aufnahme auch so ist. So, und wir gehen jetzt rein. Ich habe auf hohen Druck mal gestellt, ähm, einfach um, ja, Köln zu zeigen hier, wir wollen die Punkte. Denn Köln ist unter uns und da bringt es nichts auf Konter zu spielen gegen Mannschaften, die eigentlich schlechter sind als wir. Von daher schauen wir mal, was wir hier heute so reißen können. Erste Chance gehört Köln, so eine Mini-Chance eher. So, und Pizarro, was machst du? Oh, er kommt vorbei. Aber er ist halt viel zu langsam, ne? Aber das macht er sehr, sehr gut. Oh, da ist die erste Chance für uns, äh, für uns durch Uccia. Ja, Pizarro macht das gut, wartet da, nimmt nochmal ein bisschen Luft raus und holt ein bisschen Zeit raus. Aber der Ball von Uccia dann zu unplatziert. Ah, Fritz kommt da nicht mehr ran. So, und ja, wir müssen, wir müssen die Punkte machen heute. Äh, ich bin auf Lorenzen gespannt. Ich hoffe, dass er da so eine kleine Überraschung auf der linken Seite ist. Ärgert mich so ein bisschen natürlich, dass wir, äh, ein Talent für die linke Seite bekommen haben. Wobei wir ja schon wirklich ein paar mehr Leute auf links haben. Von daher brauchen wir eigentlich gar keinen mehr. Schauen wir mal, was, was er dann so bringt. Und, ähm, ja, ich werde eventuell auch dann nächste Saison, Anfang nächster Saison direkt, ähm, oh Gott, der Kopfball war jetzt aber nicht so gut, den nächsten Scout losschicken. Sprich, wir haben ja noch einen quasi im Katalog drinne, den wir benutzen könnten. Äh, einfach um da ein ordentliches Talent zu kriegen. Denn das, was wir haben, ist ja, wie gesagt, nicht unbedingt das Beste. Und Gerson, der Ball, war scheiße, Junge. Dass wir da einfach dann, ja, vielleicht ein besseres Talent an Land ziehen, was wir dann hochpushen können. Von daher, das wäre mir eigentlich schon relativ wichtig, dass wir da einen haben. Für den wir dann nicht, also auf einer Position, wo wir dann nicht nochmal wieder extra Geld ausgeben müssen, dass wir das dann sinnvoll investieren können. Ähm, wäre, wäre schon ganz schön. Und daher könnt ihr mir das auch gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ob wir das auch wieder machen sollen oder nicht. Äh, wie gesagt, einmal können wir ja noch. Äh, theoretisch schön von Uja. Ja, nochmal theoretisch schön. Aber im Endeffekt steht Köln dann da safe hinten. Noch wohlbemerkt, ja. Versuchen natürlich das zu... Ja, wie sagt man... Ach, kommt, Uja. Ach, da wollte ich auf Pizarro, da wollte ich ihm das Tor gönnen. Äh, schade. Naja, also wir versuchen natürlich Köln hier zu brechen. Äh, so ein schönes 2-3-0 oder auch 1, meine Güte, das wäre auch nicht so wild. Aber das wäre richtig schön hier nochmal ein bisschen den Frust der letzten Spiele irgendwie, äh, rausschießen. Und Punkte sammeln für Europa, das wäre sehr, sehr nice. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt im Verlauf des Spiels noch so hinkriegen. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es mit der Qualität her so funktioniert, dass es ruckelfrei ist. Eigentlich müsste mein Rechner das locker hinkriegen mit OBS. Aber ich habe jetzt, äh, sehr viel mich in den vergangenen Tagen reingesetzt. Und es hat die ganze Zeit massivst geruckelt. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum. Aber das war nicht schön. Ähm, das war einfach nicht schön. Und ach, spiel den doch ein bisschen weiter nach vorne. Von daher, keine Ahnung, wie es jetzt ist. Ob es jetzt auch so ist, dass es wieder ruckelt. Ähm, dann muss ich es wieder mit der Capture Card aufnehmen. Keine Sorge, das Spiel könnten wir dann, also, ja, brauche ich eigentlich gar nicht erzählen. Aber wenn ich das erzähle, wenn ihr es hört, dann hat es ruckelfrei funktioniert. Und das ist eine Abseitsstellung von Uja. Ähm, ansonsten erzähle ich das ja zumindest nicht so, sondern anders, dass ich es halt mit OBS aufnehmen wollte. Ähm, falls das jetzt hier wieder ruckelt. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Muss ich mal schauen. Ähm, aber das hätte man auch als Freistoß durchgehen lassen können hier. Die Attacke auf Uja. So, ja, 38 Minuten gespielt bislang. Relativ harmlos das Spiel. Viel Mittelfeldgeplänkel. Hosinger da jetzt mal, aber Wiedwald ist da. Hätte, glaube ich, gar nicht hingehen müssen. Ähm, der wäre, glaube ich, auch so ins Aus gegangen. Aber da geht er natürlich auf Nummer sicher. Und die Ecke war jetzt nicht besonders gut. Ach, und Pavlovich lässt sich da dann so verarschen. Aber Gerson kriegt da glücklicherweise nochmal den Fuß dazwischen. Nächste Ecke hier für Köln. So. Ja, und Lorenzen müssen wir mal gucken. Ja, es ist auch verwirrend, dass wir jetzt zwei Lorenzen haben. Aber der eine spielt ja im Sturm und der andere im linken Mittelfeld. Hier ist er am Ball. So, mal gucken, was der Junge so kann. Er ist auch nicht so langsam, aber er hat halt nicht unbedingt die beste Ausdauer. Gut, der Kerl ist 16. Ja, 16. Von daher darf er auch noch nicht so die Ausdauer haben. Er hat auf jeden Fall schon mal deutlich mehr als Oedegaard. Das ist schon mal, äh, gut, das ist auch nicht schwer. Oedegaard hat nicht viel Ausdauer. Ach, und Köln kriegt da immer einen Fuß dazwischen. Und Lorenzen ja hier nicht unbedingt der Zweikampfstärkste. Von daher, ja, gehen wir hier 0-0 in die Halbzeit rein. Und jetzt habe ich, naja, jetzt habe ich zu schnell weggeklickt. Ich wollte auch gucken, wie, wie es bei Hoffenheim steht. Na gut, dann lassen wir uns da am Ende überraschen. Ihr könnt wahrscheinlich stoppen einmal ganz kurz, wenn ihr das Video anhaltet. Dann seht ihr schon mal, was sie jetzt hier für einen Halbzeitstand haben. Ich leider nicht, von daher werde ich mich überraschen lassen. Und wir müssen hier ein bisschen mehr, mehr zeigen gehen, Köln. Ein bisschen mehr Druck machen. Und überhaupt erst mal ein paar Chancen kriegen. Ja, das war ein Foul von Uccia. Hätte mich gewundert, hätte er das weiterspielen lassen. So. Ja, Köln. Bislang auch nicht sonderlich gefährlich. Das ist dann aber immer das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Dass sie dann auf einmal, einmal nach vorne kommen und dann machen sie das Ding. Und den lässt Hektor dann ganz abgerüht dann einmal ins Aus rollen. So. Das war jetzt mal schön gespielt. Ach, und Uccia, warum machst du den denn nicht, Junge? Ah. Ich weiß nicht, warum er da so ein Ding dann raushaut. Das kann er eigentlich deutlich besser. So. Und Vogt hier vor Gerson, beziehungsweise kann da Gerson den Ball schnappen. Und Horn macht hier gefährliche Sachen. Also, das kann auch dann mal ganz schnell nach hinten losgehen, wenn er dann da so einen Ball spielt. So, und Marot hier mit dem individuellen Fehler. Ja, der kann noch gerne mal ein bisschen weiter vorm Tor in der gefährlichen Zone passieren. Ach, und Fritz. Komm, spiel den Pass doch richtig, Junge. Ja, Fritz und von Pizarro würde ich beiden nochmal gerne ein Tor gönnen. Die hören ja jetzt beide, wie gesagt, auf. Solltet ihr mittlerweile, mittlerweile wissen. Das ist auch der Grund, warum wir sie jetzt spielen lassen. Ach, und ich kriege Pizarro nicht. Ach, Mann. So. Wir machen hier zunehmend Druck. Ach, und dann. Ich kriege immer nicht die Spieler, die ich gerne haben möchte. Das ist ein bisschen nervig. Und Köln, ich weiß nicht, ob sie hier schon oft Zeit spielen, ob sie hier den einen Punkt mitnehmen. Aber auf jeden Fall klappt das hier bislang noch nicht so ganz. Und jetzt macht den Uccia nicht. Pizarro auch nicht. Das ist ein Witz. Ach, Jungs, Alter. So langsam, so langsam sollten wir die Bude jetzt aber hier reinmachen. Das wäre so viel entspannter für uns, wenn wir hier das 1-0 machen würden. So, und Lorenzen kommt da nicht so ganz hinterher hinter Svento. Aber der Ball dann ungefährlich. Aber Hüsing macht es nochmal gefährlich und dann ist das Ding drin. Das ist so ein Witz einfach nur. Ich habe es gerade angesprochen. Sie kommen einmal nach vorne und Modest macht das Ding rein. Ich weiß nicht, Hüsing klärt da in der Kerze. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Und da kommen wir nicht hin. Und dann ist Hüsing da auch schlecht im Zweikampf. Pavlovic kommt da auch nicht mehr hin. Und dann ist das Ding drin. Es ist einfach nur... Es ist so typisch einfach nur. So, und jetzt bringen wir hier mal ein bisschen Offensivkraft mit Eggestein, Werner und Mané. Ja, und müssen jetzt hier einfach ein bisschen aggressiver rangehen an das Ganze. Ja, wird dann da abgelaufen. Also das ist so viele Möglichkeiten. Köln hat so gewackelt und Uca macht das Ding zwar nicht rein. Und dann haben wir selber Schuld, wenn wir dann ein Gegentor kriegen, wenn wir es vorher die ganze Zeit nicht machen. Unser Tor. Und es wäre... Also es ist super unverdient. Freistoß für uns. Ja. Es ist super unverdient, dass Köln hier führt. Definitiv. Das wissen sie, glaube ich, auch selber am besten. Aber sie führen. Und das ist eben das, was dann doch auch irgendwo zählt. Dass sie hier die Bude gemacht haben. Und ja, im Endeffekt gibt es keinen besserer oder schlechterer, kein verdient oder unverdient. Und wer das Tor macht, der hat gewonnen. Der hat die Punkte, so. Also wer mehr Tore macht. Und ja, bringt uns dann auch nicht viel, wenn wir hier die ganze Zeit die Chancen haben. Aber sind nicht Nutzen. So. Jetzt nochmal Werner. Komm schon. Mach ihn. Du bist doch gut drauf. Aber Hector Grätschchen da clever ab. So. Und es sind jetzt mittlerweile 80 Minuten gespielt. Und man muss wieder sagen, man muss wieder zufrieden sein, wenn man hier dann einen Punkt mitkriegt. Gut. Im Endeffekt, Hoffenheim werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr kriegen. Das ist jetzt ein bisschen raus. Also ich rede mich da jetzt gerade so ein bisschen raus. War im Abseits. Ja, war im Abseits. Von daher müssen wir unseren Platz halten. Und selbst wenn wir hier verlieren sollten, wäre er immer noch. Gut, dann wird es halt auch das letzte Spiel drauf ankommen. Das ist halt die Geschichte. Was wir dann im letzten Spiel machen. Ach, und Hüsing lässt sich da auch wieder den Ball abgrätschen. Ja, das macht Kölner gut. Wobei, na, Gerhard macht es nicht gut. Also ein paar Minuten haben wir hier noch. Fünf Minuten vielleicht inklusive Nachspielzeit. Aber das ist halt echt nicht, nicht viel. Und das ist eigentlich auch nicht, oh, komm schon, krieg ihn doch. Nein. Und dann haben wir halt auch noch so ein Pech. Also das kommt auch noch dazu. Wir haben jetzt, ah, Freistoß auch noch. Wir haben halt auch echt Pech. Und das ist bei FIFA manchmal so. Das ist halt einfach FIFA. Ach, und dann spielt Eggestein, sind so ungenau auf Uccia. Ähm, ja. Einfach nicht verdient hier zu gewinnen. So, mach ich nochmal Fritz. Und der Kapitän macht ihn. Er macht ihn tatsächlich rein. Clemens Fritz. Ja, unser... Ja, Uli ist ja Pizarro. Er ist ja noch ein bisschen jünger als Pizarro. Aber unser Kapitän, ja, wenn es sonst keiner macht, dann geht er da einfach mal ganz frech durch. Und das ist dann mal die Situation. Da haben wir dann mal ausnahmsweise Glück, dass wir da den Ball nicht ab... Also, dass uns der Ball nicht abgenommen wird. Und da hämmert er ihn rein. Und zumindest ein Punkt. Und das ist, ja, nicht besonders gut. Aber es ist zumindest ein Punkt hier. Mit dem Schlusspfiff quasi machen wir hier das Ding rein. Und, ja, natürlich deutlich zu wenig. Wobei, also von den... Von den Statistiken jetzt her, das wundert mich, dass wir beide fünf Schüsse, beide fünf Schüsse aufs Tor haben. Weil wir hatten... Also, ja, bei uns kam einfach der letzte entscheidende Pass, wo sie dann noch irgendwo ein Bein dazwischen gekriegt haben. So, von daher, das wird ja in der Statistik nicht aufgeführt. Aber ich meine, dass wir doch eigentlich das deutlich bessere Spiel gemacht haben. Ja, nichtsdestotrotz 1-1. Hoffenheim verliert sogar. Oh, das ist interessant. Hätten wir gewonnen, wären wir sogar jetzt gleich auf mit Hoffenheim gewesen. So, ja, sind wir zwei Punkte dahinter. Ja, Wolfsburg eigentlich schon Vierter. Das ist safe. Ja, die können da eigentlich nicht mehr aufsteigen, aber auch nicht mehr abrutschen. Und Bayern wird höchstwahrscheinlich Vizemeister. Dortmund dann Dritter. Ja, und Leverkusen hat gewonnen. Schalke hat verloren. Ich weiß nicht, ob die im direkten Duell gespielt haben. Habe ich gerade nicht darauf geachtet. Auf jeden Fall ist Leverkusen zwei Punkte hinter uns. Und wenn wir, wenn wir nur unentschieden spielen nächstes Mal und Leverkusen gewinnen sollte, dann wären die an uns vorbei. Dann wären wir tatsächlich nur Siebter und das wäre extrem scheiße. Von daher müssten wir eigentlich gewinnen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und, ach, gegen Frankfurt. Ich hatte die ganze Zeit Stuttgart im Kopf. Gegen Frankfurt geht es. Und das wird sehr, sehr interessant werden. So, und ebenso interessant wird, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich... Also Nacho und Cerny möchte ich eigentlich weiterhin trainieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir... Also Lorenzen sollen wir auch irgendwo... Hm. Das dürfte... schwierig werden. Und Nacho muss Abschluss und sowas muss er eigentlich auch haben, weil er Stürmer ist. Aber auch von der Ausdauer und sowas möchte ich eigentlich, dass er da hochgeht. Genauso Gerson ist nur einmal drin. Und Cerny hier mit beiden Ausdauer und Ballkontrolle etc. Das sollte er auf jeden Fall weiter trainieren. Hier wäre jetzt quasi so Abschluss, Schuss, aber das wäre eigentlich so das, was wir bei ihm... Wo wir mal gucken, ob wir da Lorenzen mal ein wenig trainieren. Gucken mal, was der dann am besten machen könnte. Ich glaube... Ja, warum ist denn... Da durchsetzen wäre so für ihn auch das. Ja, wir trainieren ihn erstmal bei durchsetzen. Oh mein Gott, dann habe ich halt wieder einen Spieler mehr, den wir da jetzt trainieren. Aber ich möchte gucken, wie er sich da so entwickelt. Jetzt in den nächsten... Ja, ein paar Trainingseinheiten, die wir dann noch haben. Ja, gegen Frankfurt. Oh, das wird interessant. So, und wir haben hier nochmal jetzt ein paar Abschlussberichte. Ich habe mich mal auf Screen wieder reingesetzt. Ich gucke immer mal wieder zwischendurch, so welche Spieler wir dann da nochmal beobachten könnten. Welche vielleicht was für uns wären. Ja, Kyle Bailey ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe einfach so unglaublich viele da angefragt. Und dieser junge Mann ist doch schon mal interessant. Harrison Reed von Southampton. 21 Jahre jung mit einer 71. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Den werden wir uns sicherlich nochmal angucken. auch mal anfragen. So, die Pressekonferenz. Ja, wir müssen die Jungs nochmal motivieren, dass sie hier im letzten Spiel alles geben. So, er ist natürlich extrem nice. Also, Nzihe, 22 Jahre jung mit 72, 3 Millionen wert. Heißt, den könnten wir sogar nächste Saison holen. Dann, wenn wir einen Johannsson verkaufen würden, dann hätten wir das Geld für ihn. So, wahrscheinlich wollen sie ein bisschen mehr für ihn. Huch, das wollte ich gar nicht. Wahrscheinlich würden wir ein bisschen mehr für ihn zahlen, aber wir würden auch ein bisschen mehr für Johannsson kriegen. Und er hat ja 2 Millionen schon mal Markt, mehr als Nzihe. Von daher, das wäre schon echt interessant. Und da müssen wir dann mal gucken. Ja, danke. Herr Gestein bedankt sich, dass er hier spielen durfte. Und da haben wir schon mal die nächsten. Aktuell ist ja so Meli auch nicht schlecht. Auf das ZM, da möchte ich einfach noch eine Verstärkung rein haben. Alleine, weil er jetzt auf Fritz aufhört. Von daher brauchen wir da einen. Natürlich, wir haben Fröde, wir haben Talente da auf der Position. Aber einen von Hake möchten wir auch verkaufen. Dann wäre wieder einer weniger. Aber Cesar Meli wird wahrscheinlich zu teuer sein. Müssen wir mal gucken, was wir da an Gehalt denn überhaupt kriegen, an Transferbudget. Und der hat krasse Werte. Sein Vertrag läuft in zwei Monaten aus. Der ist echt krass. Mit 21 reicht es eine 76 zu haben. Und das wäre... Da frage ich mal direkt an, dass wir den auf jeden Fall weiter im Kopf behalten. Franco Cervi. Krasser Junge auf jeden Fall. So, Jorginho. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Aber der wird wahrscheinlich zu teuer sein. 11,5 Millionen. Wir möchten da mit Sicherheit, keine Ahnung, 17, 18 mindestens win haben. Genauso Rüdiger wird auch zu teuer sein. 10,5 Millionen. Ist sowieso noch verliehen. Von daher, ja... Bringt uns das nicht so. Und Westergaard möchte spielen. Und das wird er auch definitiv. Da werde ich hier wenig Risiko eingehen. Und hier dann nochmal... Alles rauskloppen, was geht. Pizarro und Fritz werde ich spielen lassen. Ja. Ähm... Aber ansonsten haue ich hier alles raus, was geht. Ähm... Ähm... Doch, Czerny lassen wir auch mal wieder dann auf die Bank. Ja, Bargfried und Pavlovich ist auch in Ordnung. Na, wobei... Ich nehme Hüsing mit. So, und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass es nicht geruckelt hat. Die Aufnahme, wie gesagt... Wie gesagt, schreibt es mir rein. Es wäre extrem wichtig für mich zu wissen, ob das alles so läuft. Natürlich kann ich es mir dann selber auch noch mal angucken. Aber, ähm... Ja, die finale Runde, die finale Runde sozusagen im Kampf um Europa. Seid dabei. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.